Ich hab Dias, ich hab Dias, ich hab Dias, ich hab Dias. Willkommen ihr Kleinlobis zurück bei Bravatry mit dem Sturmpanda und den Greedy Games. Die Realize-Namen kenne ich natürlich von den beiden nicht. Ich kenne die auch so nicht. Die sind scheiße. Ja, das ist die zweite Folge. Ich habe lange nichts mehr gemacht. Ich melde mich mal wieder zurück. Oh mein Gott, ich hab einen Emerald. Oh mein Gott, yes, wir haben gewonnen. Wir haben Geld. Also ich find die zwei hinter meinem Namen schon sexy. In welcher Gruppe? Wo lauft ihr denn lang? Greedy, bau das Redstone, sonst baue ich dich ein. Jetzt achte einfach nicht mehr. Sind wir auf der richtigen Höhe? Sind wir auf der richtigen Höhe? Oh fuck. Hast du die Öfen mit? Ich mach erstmal die Koordinaten aus. Welche Öfen? Welche Öfen? Ja, ich hab Öfen dabei. Ich hab Lapislazu. Bonus! Was kriege ich? Wir kriegen Enchantment. Ey, wir haben ja da oben noch die Höhle, ne? Wollen wir da gleich mal rein? Nee, erst wenn wir Eisenrüstung haben. Ja. Aber wir haben eigentlich noch einen Eisen da. Ich geh da jetzt rein. Nein, Robin. Robin, wenn du da reingehst, komm ich mit. Ich hab Rüstung. Ich hab auch Rüstung. Leder. Ja. Die total unnütz war. Wieso unnütz? Ich hab auch Emeralds gefunden. Echt? Scheiße. Shit, man. Ey, warte, da oben ist die Höhe. Oh, jetzt ist es egal. Scheiß drauf. Meine Dings ist kaputt. Meine Pick. Ja, ist mir doch egal. Such dir einen anderen. Was ist los mit dir? Robin, ich bin echt aggressiv hier. Jungs, wo sind die Öfen? Ja, warte. Soll ich die hinbauen, oder was? Wir müssten irgendwann mal das Eisen, das wir haben. Hier, hier vorne. Warte, hier. Ja, du bist ein Arschloch, Alter. Achso, er ist auch noch. Nein, warte, so. Stump an da, darf ich? Warte, Werkbank hab ich auch. Ach, geil. Die brauch ich. Warte, warte. Warte, den Rest Kohle pack ich hier rein. Oh, die Pausenplächer kommt, die Pausenplächer kommt. Echt, wo? Ja, die haben es gerade im Discord geschrieben. Achso. So, dann. Ey, wenn die die Fackel hier oben finden, ne, die hab ich vergessen einzubauen. Oder abzubauen. Egal. Wenn die den Gang finden, ist es auch... Ich weiß egal, ob da fackeln sie noch nicht. Na gut, hast recht. Ich hab Gold gefunden. Apfel, Gold, Apfel. Robin hat ja schon Apfel. Ich hab Eisen, ich hab Eisen. Sehr gut. Drei, auf jeden Fall. Ich hab auch Gold. Vier. Ich höre Lava. Das ist nicht gut. Pass auf, unter dir. Fünf. Immer's liegen bei mir drauf. Ich hab auf jeden Fall sechs Gold. Was will er denn, du? Können die nicht drauf schauen? Das geht nicht. Warte, der muss sich noch mal nachschauen. Ich hab eigentlich die Sessions aber hochgesetzt. Wir können nicht gehen. Ja. Kacke. Da mach jetzt mit Form weiter. Ich mach das schnell und dann... Das sieht jetzt für euch ein bisschen langweilig aus wahrscheinlich, die ihr jetzt zuschaut. Aber... Ja, schaltet einfach bei mir ein. Ich hab meine Analyse gezeigt, wie ich das jetzt hier mache. Oh. Ich bin grad an meinem Handy. Ich schreib... Oh, ich kann nicht mehr craften. Scheiße. Was passiert? Wussleer 2 hier. We are back. Ey, was ist denn das hier? Das ist übrigens grad die Aufnahme direkt im Anschluss. Die ist direkt im Anschluss? Ja. Wie lange haben wir gewartet? Fünf Minuten vielleicht. Oh, jetzt mach ich gerade vier. Ey, nee. Zehn, du warst länger weg. Ja, okay. Du musstest ja unbedingt noch kacken gehen. Was ich auch nicht verstehe. Ich war nicht kacken. Du warst kacken. Ja, okay, ich war nicht auskacken. Leugne das jetzt nicht. Es ist live. Eins live oder was? Eins live Krone. Was ist denn hier los, Leute? So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Huns, wie war das noch? Wer ist das? Kannst du das nicht für alle machen? Ähm... Oh, ich hab hier ein Erz. Und Schmetterlinge wollen nämlich auch, deswegen... Schmetterling! Oh, ich hab Lava gefunden. Hat jemand Wasser? Hallo? Nein, ich hab kein Wasser. Soll ich jetzt da reinspringen oder was? Warte mal, ich gucke mal, ob das geht. Kim schreibt in den Server-Dock. Oh, ich brenne! Oh, Mann ey, wir... Nichts hier schreiben. Alter, ich mach ein Lava-Eimer. Wieso komm ich da nicht drauf? So, ähm... Ich bin Spätzünder. Wisst ihr das? Ich kann nicht drauf... Warum geht das denn nicht? Warum kann ich keine Sessions mehr... Ich verstehe es nicht. Ich hab's doch selber gerade versucht. Nochmal. So, zack. Ich mach mir einen Goldapfel, ne? Keiner sagt was? Dann ist es okay. Ja, doch, ist okay. Ja, mach, mach, mach. So. Dann mach ich mir noch einen Lava-Eimer. Wollt ihr auch einen Lava-Eimer? Ja, nochmal. Oder wollen wir erst Rüstung machen? Ja, nee, erst Rüstung. Erst Rüstung. Jetzt hab ich schon einen Eimer gemacht. So, ich verliere gerade sämtliche Zeit, die ich habe, zum Meinen. Das ist einfach nur Kacke. Egal, das ist wahrscheinlich genug Strafe dafür. Wofür? Das verkackt hast, einzustellen. Das hab ich nicht verkackt. Ich hab eingestellt, dass jeder drei Sessions hat zum Start. Ich verstehe die Scheiße nicht. Ganz ehrlich. Plug-in-Saxe. Gut, dann mach ich den Lava-See weg. Und baue mal wieder ein bisschen ab. Vielleicht sind da drunter die... Ich sag, Baum-TV ist gejimt. Okay. Flight ist gejimt. Oh, Mann. So, dann... Oder Schwedis. In Minecraft ist das aber schwerer geworden, die das zu finden, oder? Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls finde ich mehr Emeralds als Dias gerade. Ich auch. Das liegt wohl daran, dass wir in so einer Scheiß... In so einen Scheiß-Berg reingegangen sind. Glaube ich. Okay. So, wie viel Zeit hab ich jetzt dadurch verloren? Geil. Sieben Minuten insgesamt. Schöne Scheiße. Egal, komm, mach einfach Schnee. Ich hab Dias. Echt? Oh. Ja. Aber wahrscheinlich nur zwei. Ne, drei, vier. Vier oder was. Ja, ich hab vier. Oh, fuck. Was denn? Ich bin ein Enchanter. Achso. Robin, wir brauchen auch einen Wassereimer, ne? Ja, äh... Ich hab jetzt zwei Lava-Eimer. Easy. Zwei Lava-Eimer. Mehr brauchen wir nicht. Und gleich ist mein Spitzsack wieder kaputt. Meine auch. Meine ist schon kaputt. Ah. Ich hab ne Höhle. Ah, das ist gut. Wo bist du langgelaufen? Einfach den geradeaus, den Weg. Äh, ich mach für euch dann auch noch Hosen, ne? Ich hab mir jetzt eine gemacht, dann mach ich für euch beide auch noch Hosen. Ja, das ist ne gute Idee. Ich hab nicht meine Chests, deswegen, also... Ich brauchte ja auf jeden Fall. Ich brauch nur noch ne Hose, dann bin ich voll. Echt? Nur noch ne Eisenhose? Ja, genau. Gut, hab ich dir gemacht. Dann mach ich Greedy jetzt noch ne Chest. Und ne Hose. Ich hab ne Höhle gefunden. Oh Gott, Creeper! Geh weg, Greedy. Alter, direkt neben mir. Ich hab in die Lava gestoßen. Alter. Oh Gott. Hier, warte, Sturmi, hier. Warte, da. Da, da. Hast du das Essen rausgenommen? Leck mich am Arsch gerade. Hier ist auch noch Gold? Ja, ich brauch noch zwei Eisen. Wer hat das Essen rausgenommen? Ich hab zwei Eisen rausgenommen, Moment. Ne, Essen. Ne, hab ich nicht. Ich hab das Essen rausgenommen. Ah, hier ist noch acht drin. Greedy, warte, hier. Ach, ich mach mal einfach ne Dia-Pick-X. Ich dachte, du wärst den Lava-Eimer direkt vor mir. Ich wollte dich grad töten. Was? Ich wollte grad zu dir vorbeifahren und dann. So, ich hab jetzt einfach ne Dia-Pick-X gemacht. Sehr gut. Ähm, trotzdem brauch ich eigentlich nen Wasser-Eimer, damit ich schon mal Absigen abbauen kann. Ja, dann pack die Lava weg. Ja, ich brauch ne Pick. Ich brauch auf jeden Fall ne Eisen-Pick. Ich schau mal irgendwann, dann werd ich schon. Dann komm mal gleich mit dir mit, Green, ja, wenn du ne Höhle hast. Ja, hab ich definitiv. Aber ich weiß nicht, ob die tief ist. Wir bräuchten auf jeden Fall einen Wasser-Eimer dafür. Weil da ist ein Lava-See im Weg und den... Den bauen wir zu. Wir klettern rüber. Lobius, try to swim in Lava. Ich seh's kommen. Ach, stellt euch nicht alle an. Ich kann das. Ich bin Profi. Im Sterben Warte, ich nehm noch das andere Gold mit Nehm mit, was du kriegen kannst Ja, ich nehm den ganzen Emeralds mit Redstone nehm ich auch mit Einfach wegen Erfahrung Genau, das meinte ich eigentlich gerade Achso, ich hab nämlich schon 10 Level Haben die einen Server-Log gemacht? Ja Ja, hatten sie eben schon Ist okay, Schmetterlinge sind da Ja, Schmetterlinge hatten da auch schon Hatten die geschrieben? Ja, hatten sie Okay, gut Gut, ich bring 14 Hier, da ist der Lama, zu dem ich meine Ist ja unübersehbar eigentlich Ich bring jetzt mal schnell das Gold zurück Ist nur Pausenbrot gejoint Und Okay, jetzt sind sie alle da So, ähm Ich hab offiziell genauso viele Emeralds gefunden wie Dias Und ich hab'n Zombie in full Iron Ich nehm mal das Essen raus, was ich jetzt hier drinne habe Und mach mir mal schnell Schuhe noch Ne, nen Helm kann ich mehr machen Lass rausgehen und die klatschen Mit unserem McQuib wäre es sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir das machen könnten Ich hab' Wasser Alles klar Gut, sehr schön Und die Höhle weiter erkundet Also ich hab'n Eisenhelm für euch Ich brauch' keinen Ich brauch' einen Ich hab' einen durch den Zombie bekommen Ich brauch' einen Oh nein Gib mir den einfach Gut das ist Durability nur noch Der wird mir Glück bringen Hier ist Eisen Nimm mit, was du merkst Alles, alles, alles Drei Minuten vorbei Vielleicht sind wir dann schon voll Iron, Alter Wenn natürlich Wir fehlen auf jeden Fall gut Oh, Ende Hier, äh Verdammte Schame Alles klar, mein Vorderney Helmen Helmen hört das El Silberfische? Ja, Silberfische Wir sind beim Ende Nein, Superfische kommen auch um Eins, zwei, drei, vier Traum Guck noch weiter nach unten Geh, Leute Mach keinen Scheiß, Rommel Alter Eben, mach keinen Scheiß Alter, das ist die übelste Höhle Ja, eben Mach das Wasser weg Wir brauchen Wasser Warte Ja, also ich mach nicht das Loch zubauen Ne, 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 ich will das Wasser mitnehmen Ich will die Labe wegpacken und das Wasser mitnehmen Kannst du machen, aber ich mach es erstmal so weg, dass wir hier nicht mehr gegen den Strom anschwimmen müssen Ja, müssen wir trotzdem, weil Scheiße machst Mach ich nicht Na, hab's Hab's, hab's, hab's Geil, und wir haben Dias Ne, ich muss erstmal zurück Wie viele Dias hast du? Ich hab vier Oh, fuck Oh, fuck Das sieht gut aus Wir haben nicht mehr viel Zeit Lol Ich hab Dias Ich hab Dias Ich hab Dias Ich hab Dias Was denn? Geil Eins, zwei Drei Fünf Stück So gut So gut, Leute, so gut Jeder hat ein Problem, okay Ähm, hier Ich sollte mal zurückkommen Bis jetzt Ich brauch den Wassereimer, ich brauch den Wassereimer Du brauchst den Wassereimer? Oder habt ihr bei euch schon Obsidian? Ich hab, ich hab den Wassereimer Ne Wir haben eine Laberquelle da hinten Von daher können wir das alles da hinten machen Ja, genau, eben Kommt mal alle hier zu mir Ich baue jetzt hier mal schnell ein bisschen auf Gebt mal In einer Minute Gebt mal bitte Gebt mal bitte den Wassereimer Schnell Okay Da Okay, ich mach mir noch Jetzt ganz schnell Ganz, 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 ganz schnell Meine Schuhe Und dann komm ich zu euch Äh, ich hab fünf Dias, Alter Äh, kannst du den Stuff mitbringen? Also, äh, Werkbank und Öfen? Klar, kein Ding Weil das bräuchte ich dann hier noch Dann können wir uns hier gleich in diese Ecke verschanzen Ja Dann mach ich hier nochmal schnell dicht Nicht, dass hier irgendwie 30 Sekunden, scheiße Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das Ich mach hier noch ein paar Lichter hin Zack Dass hier nichts spawnt Einen offenen Weg für Greedy Dass hier reinlaufen können So, ich komm, ich komm, ich komm, ich renne Ah Das wird knapp Okay, 10 Sekunden Okay, ich bin da Okay, warte Oh, Leute Zack Wuhu Perfekt Das war eine richtig erfolgreiche Folge Obwohl ich die ersten sieben Minuten halt einfach komplett mit Admin kram Oh Gott Und ich hab immer noch mein Lederoberteil Na gut, alles klar, Leute Das war's mit der Folge Ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal Und schaut bei den anderen vorbei Richtig Rabatrie Genau Tschüss B male ööööööööööööö